Follower. Unsere Follower, ja man. Follower. Was machen wir jetzt? So, herzlich willkommen liebe Zuschauer zu unserer vierten Staffel. Wir werden jetzt heute mal so richtig eine auf den Putz hauen. Die Uwe ist erst mal vom LKW angefahren. Ich glaube, lass mal die Jungs hier mal frei. Ja, und dann sprengen wir ihn, weil der gibt nämlich Kohle. Oh Mann, warum gehen die nicht weg, Alter? Naja, ist aber schuld. So macht man das. Das war ich mit meiner Granate, Mann. Ja, Mo, ähm, so. Wir sollten schnell weg. Warum? Weil wir jetzt gesucht werden von den ganz schlimmen Brüdern. Dann töten wir sie. So, eins machen wir jetzt noch zusammen. Das habe ich schon von zufällig rausgefunden. Ja. Erstmal killen wir die Leute hier. Ja. Hier sind wir wegstellen. Dann brauchen wir jeweils ein Pferd. Ja. Machen wir schon mal das? Danke. Okay. Ich töte ihn und du nimmst den Gaul. Ja, komm mit. Ja, ruhig lauf. Ja, Mann. Spezialeinheit. No. Ja, gut. Könnte da nichts. Immer ins Gesicht schießen. Ja, aber je mehr wir jetzt von denen töten, je mehr kommen wir jetzt dann gleich mal auf. Komm ist dann gleich mit Panzern. Jo, dann nehmen wir eine IMP Granat und Clown Panzer. Lass uns dann einfach weg abhauen und warten, bis der Stich wieder unten ist. Ja, lass mal verpissen. Geh mal fertig. Ach so. Was für ein Punkt. Was für ein Punkt. Das war ein Punkt. Was für ein Punkt. Wir werden sterben. Nur. Hinter dem Haupt. So, erledigt. Da kann ich mal verpissen. Ja. Wer so dabei kommt. ringsuit was läuft gerade runter weil wir es noch ein ausrufezeichen und ich bin gestorben was ist denn jetzt los können jetzt einfach von den jahren ohne sie zu zocken gestorben ja aber ich war schon ewig weit weg dort ist mir immer so der springen können hast du das gesehen ich habe gar nichts sehen so jetzt nehmen wir hier schon mal ein gaul ja schön für dich dass du schon den zweiten dauer hast und weiterhin gegner tötest können wir jetzt einfach zum strand laufen kommen hier ist irgendein schlüssel ding schlüssel denn wenn du die übrigen versteckten kryptogramma verbellen um die kiste zu öffnen ja das machen wir nicht jetzt so tot man kommt das machen wir mal anders lassen es ein bisschen tauchen dann verschwinden die auch gleich die haben uns schon gesehen der strich wird nicht weniger bist du tot nein aber wir könnten einfach mal sterben die hedi auch noch ich lass mich jetzt umbringen ja was ich ertrink jetzt einfach und ich stelle mich hier hin die sind alle so dumm man wenn schieß mich halt jetzt steht er da und schaut mich an man schießt mich jetzt ab du wichser so schießt er nicht der schießt nicht auf mich hat er ist eine muni der oder was ist los mit ihm bei mir ist der hede füllt uns jetzt bei mir schießt keiner auf mich machte ich stelle mich mal neben dich wir haben auch aus den hedi abgeschossen oder nein hinter uns schauen an der steht hinter uns und macht nichts als schießt er jetzt habe ich wieder volle energie warum habe ich wieder volle energie hey mo was hältst du davon wenn wir ins feuer gehen da vorne kommen da brennt ja ich stelle ich bin tot das feuer ist weg ne du brennst doch also heider nein was für eine action schon wieder gleich nachdem wir hier online kommen man die noobs sind da seit elf minuten nur wieder scheiße gemacht die noobs sind wieder da ja